Was kennzeichnet ein Kleinraumbüro? Was kennzeichnet ein Kleinraumbüro? Ein Kleinraumbüro, greifen wir dieses Wort hier auf, ist ein Büro für eine Person. Also Kleinraumbüro bezieht sich auf eine Person, klein gleich eine Person. Und wer ist diese Person? Was ist das für ein Mensch? In der Regel ein leitender, leitender Mitarbeiter. Aber auch Mitarbeiter oder Mitarbeiter mit Kundenkontakt, mit Kunden- oder Besucherkontakt. Da geht es dann um vertrauliche Gespräche. Das gibt es, dass solche Mitarbeiter auch ein Kleinraumbüro haben. Es gibt aber auch die Alternative, dass man eben in den Besprechungsraum geht. Also eher ist ein Kleinraumbüro für einen leitenden Angestellten. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ibert. Vielen Dank. Vielen Dank.